Hehehe, jetzt begrüßen wir raus. Ok, ja genau, glügt euch mal alle. So, hallo, da sind wir alle wieder. Na gut, nicht alle, leider heute wieder nur zu dritt. Mal wieder. Steffi ist leider nicht dabei. Mensch, könnt ihr euch alle klein machen. Sieht so gestört aus. Echt, ne? Der Tanja hat mich hier hochgezwungen. Guck mal, da steht ein Creeper auf dem Hausdach. Ich weiß wo. Da drüben. Da! Verdammt! Da, wie kommt der denn da hin? Haha, headshot! Sauber! Voll vom Dach gescheit. So, dann lass es mal aus. Was macht ihr heute weiter? Ich mach am Lager weiter. Super. Ja, und ich hier wahrscheinlich an der Mauer ein bisschen. Okay. Oder am Tor. Oder am Tor. Und was machst du? Ich fäll' beim Turm erst noch ein bisschen weiter bauen. Kleinen Details noch ausarbeiten. Und jetzt zieht da drin noch. Da müssen unbedingt Scheiben rein. Quark. Scheiben sind total überbewertet. Nachher wieder die Gleichheitsrate so hoch für die Mitarbeiter, die da drin stehen. Hä, wie geht's hier runter? Ja. Kann ich ja nicht machen. Oh, es wird langsam Tag. Das finde ich super. Passend zum Aufnahmestart. Ja. Ne, nicht wie sonst immer. Es wird Nacht, wenn wir anfangen aufzunehmen. Es wird ausnahmsweise mal Tag. Genau. Zombie, Zombie. Huch, jetzt ist hier noch eine Treppenstufe. Da war ja keiner dabei. Ich überholf hier erstmal das angefangene Lagerhaus. Ob da vielleicht irgendwas drinnen gespawnt ist. Kontraproduktiv, wenn ich da rein renne und dann ist dann Zombie oder hier ein Creeper drinnen. So, ich brauche Holz. Ähm. Kann ich noch gleich? Sand. Sand. Ah. So, und. Keine. Ich hab noch keine Ahnung. Ich hab noch keine Ahnung. Mal sie im Ofen. Blablabla. Ja, ich hab heute tatsächlich mal, äh, zum ersten Mal eine Doku über Games gesehen, die, äh, tatsächlich mal sich nicht mit dem Vorurteil gleich, oder nicht mit dem, gleich mit dem Vorurteil rangeht. Und, äh, jeder der spielt ist, äh, gleich ein Massenmörder. Ja, der Kron geteilt. Ah, okay. Wahnsinn. Das ist tatsächlich mal eine Reporterin in einem, oder hat einen Selbstversuch gemacht, äh, äh. Ja, ansonsten hat man ja diese hübschen Experten von, äh, CDF und, äh, wie sie alle heißen, ne? Äh, äh, ist 85 Jahre alt, aber, äh, werden zum Zocken gefragt. Ja, ist klar. Und der Tenor ist ja immer der gleiche, ne? Äh, 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 Leute, die Ballerspiele spielen, sind potenzielle Attentäter. Ja. Ja. Ist doch immer so. Wie ich solche spiele gerne. Nicht? Ich schon. Ich habe viel zu viel Angst vor mir selbst. Ja, immer. Ist eine gepflegte Ballerei am Morgen, vertreibt Kummer und so. Richtig. Ich würde mal, ich würde mal sagen, es, äh, hängt oftmals auch einfach mit der Reife der Person zusammen, die ein solches Spiel spielt. Das glaube ich auch. Äh, wenn der halt so ein Möchtegern, äh, Rambo hast, der macht doch Mario Kart zum Killerspiel. Ist es doch, oder nicht? Und ich, ich würde mal behaupten, also mich machen solche Spiele wie Mario Kart oder sowas, oder, äh, FIFA, machen mich wesentlich aggressiver, als, äh, Battlefield oder Counter-Strike. Ja. Ah. Stimmt. Ja gut, man geht auch ein bisschen anders ran bei sowas. Wenn ich jetzt irgendwie, also, wenn ich jetzt irgendwie Ego-Shooter spiele, mit anderen Leuten zusammen bin, würde ich da einfach nur Spaß haben. Egal wie oft ich getötet werde oder jemand anderes. Ja, und vor allen Dingen, du bist, gehst ja auch ein bisschen so, äh, vor allen Dingen an so Ego-Shooter, vor allen Dingen die teambasierend sind, äh, gehst ja auch, versuchst ja auch ein bisschen strategisch, äh, zu planen mit deinen, äh, Team-Kameraden. Ja, genau. Jetzt was hast du wie Mario Kart oder so, du willst einfach nur Erster werden. Du willst einfach irgendwie Erster werden, wenn du kurz vom Ziel abgeschossen wirst oder so, dann legst du dich halt auf. Du willst ja nicht halt im Team, das ist halt jeder gegen jeden. Ja, aber auch bei jeder gegen jeden Sachen wie, äh, ja, gibt's doch bei GTA dieses eine geile, äh, Deadmatch im, äh, im Knast. Was quasi nur auf Fäusten, oder nur Fäuste. Ja, da ist ja auch, klar kann's auch Team einstellen, aber das im Prinzip auch jeder gegen jeden, aber trotzdem, es macht irgendwie Fun, dann, äh, prügelt. Alles, äh, dann ist ja noch so ein Pulk, ne, jeder prügelt auf jeden ein. Und irgendwann steht dann halt als Sieger da. Ja, das stimmt, das, das macht immer auch Bock irgendwie, ist da. Ist einfach nur geil. Ich weiß nicht, sonst könnte ich gar nicht aggressiv werden. Du baust ja quasi deine Aggression schon beim Spielen ab. Eigentlich schon, ja. Ach, ich weiß sowas eher zu Tode. Ja, das ist auch einfach lustig. Das macht einfach nur Spaß. Ich glaub, wie uns sagt, dass wir irgendwo bei den Motorrädern rumgefahren sind. Äh, wie hieß die, äh, ich glaub, Rampen, Rampen hieß das. Ja. Das war auch kürzlich lustig. Ich hab mich da so weggespitzt. Ich hab geheult. Ich muss nur kurzzeitig nicht meinen Controller weglegen, weil ich so im Tränen geheult hab. Das ist... Aber du musst doch nicht weinen. Das war ja... Oh nee, das war zu geil. Boah, dann wird dir die letzte Folge der letzten Aufnahmesession GTA gefallen. Da muss ich unbedingt gucken. Nächste Aufnahmesession muss ich auf jeden Fall mal wieder dabei sein. Ja, wir machen jetzt erst... Ja, wir machen jetzt auch erst mal ne Pause. So. GTA ist jetzt erst mal in der... In der Winterpause quasi. Ah, ja. Muss ja auch mal sein. Ja, vor allen Dingen ist es ja extrem schwer, äh, bei den Let's Play Together Sachen dann auch alle Leute unter einen Hut zu bringen. Na klar, das hat halt nicht jeder... jeden Moment Zeit, äh. Nach den anderen Richtungen... Das geht dann halt manchmal nicht so. 30 glas hat das schon reicht bis hier zufällig ob oben in den kisten noch fichtenholz setzlinge sind fichtenholz setzlinge müssten noch welche da sein meinst du dem lager ja es sind doch die ganz hell da drüben stehen aber auch noch welche das ist bierke oder haben wir haben die hellen die hellen ich hab jetzt hier eiche ja aber irgendwie scheint die bäume ja eh grad ein wachstumsproblem zu haben und wir wissen nicht warum wir haben einfach zu viele bäume gepflanzt wir sind halt unsere ölkinen ja wir haben inzwischen schon die hälfte wieder abgeerntet da ist ja das verwirrende dran so ich bin jetzt gerade am überlegen aber ich ich glaube ich brauche doch noch bald rein 20 gräser bislang zack 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 katholisch n n n das aufteilen sein zack zack n Die Tore stehen da auch noch hinten, verstreut. Wie, wo, was? Die Nefertore, die stehen da auch noch oben. Ja, die müssen wir auch demnächst mal wegmachen. In der Zwischenzeit springe ich nochmal in unseren Whirlpool. Yippie! Jetzt ein Bier. Möchte ich aber dann erstmal deinen Ausweis sehen, bevor du ein Bier bekommst. Im Bildschrank müssen wir uns noch bauen. Das wichtigste Equipment, das wir hier im Haus haben. So. Mal gucken, ob wir das... Ich nehme das erstmal mit. Das ist noch zu langweilig hier. So, mal sehen, ob das passt. Das ist natürlich jetzt genau auf der Fackel. Renn, renn, renn! Hallo! Hallo! Meine lieben Freunde! Wie geht's heute? So, jetzt müssen wir hier eine Fokkel anbringen und dann müssen wir... Oh, ich muss niesen. Ah, hui! Gesundheit! 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 Danke, danke! Gut, dass mal bei dem Headset nur das Mikro hochklappen muss. Damit es sich stumm schaltet. hat sich doch hoffentlich stumm geschaltet. Ja, man hat's nicht gehört, aber... Ja, gut. Glaubst du vermutet? Ach! Und die Sonne geht schon wieder runter. Ja. Hattest du doch jetzt genug Tageslicht? Nein, ich hab die ganze Zeit nur im Haus verbracht. Ja, selber schuld. Musst du dein Leben besser planen. Ja. Dann war ich nur nur nachts gelas und tagsüber verbaue ich's. So, mein Holz ist schon wieder alle. Das gibt's doch nicht. Nee. Das kann ich machen. Oder fast alle. Oh, das reicht ja sogar. Hat sogar gereicht. Cool. Bäh, auf die Erde her. Mach ich mal. Stirb! Das wär jetzt blöd gewesen. Ja, ich hab grad ne Meinungsverschiedenheit mit nem Creeper. Achso. In der Nähe des Marktplatzes. Der möchte den Markt da wohl nicht haben. Eine Hexe! Eine Hexe! Verbrennt sie! Ich bin hier oben, du bist da unten. Ich gewinne. Du verlierst. Haha. Du hast jetzt Stöcke fallen gelassen. Und was noch? Eine Glasflasche. Und Erfahrungspunkte. Das war's! Ja, wir sehen uns. Die Hölle. Die Hölle. Vielen Dank.